Jo und herzlich willkommen zurück zu Shadow Komplex HD Remastered. Schön, dass ihr wieder dabei seid, meine Crows da draußen. Auf alle Fälle, letzte Folge haben wir ja einiges eingesammelt wieder. Wir haben hier schon fast alles. Ich sage fast alles. Also 80% der Karte haben wir auf alle Fälle und 74% Objekte eingesammelt. Das ist schon ordentlich. Nur wusste ich nicht, wie man da hinten hochkommt. Da war hier, warte mal, kann ich euch nochmal kurz zeigen. Das war hier die Scheiße, wo wir irgendwie, also ich wollte da rin, das ist mir schon, das ist mir schon klar. Aber es hält nicht an, ne? Das hält überhaupt nicht an. Okay, dann machen wir es halt so. Ja, das war nämlich mit den Luft, das dachte ich mir schon. Aber nun haben wir es ja doch hingekriegt. Dank eure Hilfe, ne? In der neuen Folge, neues Glück, neue Energie wieder gesammelt und nun haben wir es doch hingekriegt. Das freut mich natürlich. So, da oben ist noch irgendwas leer. Da oben ist auch noch was leer. Hier oben sind einige Sachen noch leer, aber das machen wir alles noch. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Wir gehen nämlich jetzt erstmal die blaue. Und dann gehen wir oben bei dem Sternrinn. Genau. Und dann werden wir da hinten das abgrasen. Dann werden wir da unten. Dann holen wir das Fragezeichen, das Fragezeichen, dann gucken wir da unten, was da abgeht. Und dann holen wir uns die Maske da unten. Die müssen wir auf alle Fälle holen. So, weiter geht's. Ich verjesse immer, dass man auch doppelt schon springen kann. Also, dass wir schon... Wir haben ja jetzt hier die doppelten Booster. Kurz mal aufspeichern, ne? Wir hatten ja letzte Folge einige Probleme. War nicht so schön. Mann, du lass doch mal los. Warum jetzt nicht... Nein, ich verjahre seine Bewuschung! Verstärkung! Meine meine Walter! Ich will nur Hilfe! 75 von 100, also... Hier ist... Hier ist... Ähm... Bam... Genau. Müsste hier noch irgendwas sein. Alter, was ist denn hier los? Alter, habt ihr das gesehen? Da ist irgendwas mit Feuer jetzt. Was sollen wir da machen? Alter, sind die verrückt oder was? Alter, wir haben es geschafft, wir sind da durch. Wir haben das Upgrade auf alle Fälle eingesammelt, jetzt müssen wir hier nur raus. So, bam, zack, zack. So, jetzt müssen wir hier hoch. Alter, da wollte er uns in jedem, habt ihr das gesehen? Der ist richtig böse. So, dann klettern wir hier hoch. Ach, das war ja das mit dem scheiß Feuer. Ach, du scheiße. Da müssen wir jetzt unsere ganzen Skills rausknallen. Kann man da irgendwas machen? Ah, okay. Ah. Nein! Scheiße! Oh Mann, fucky, fucky. Fuck, fuck, Mann, äh, da. Das ist natürlich schlecht. Ja? Jetzt sind wir natürlich. Ah, wir haben hier speichert. Zum Glück haben wir gespeichert. Überleg mal, wir hätten nicht gespeichert und wir müssten jetzt nochmal alles in vorne. Das wäre doch richtig scheiße, ne? Ich glaube, dein Punkt. Warum ist der denn so aggressiv, Alter? Sei doch mal lieb, da. Kann ja wohl nicht wahr sein. Mal diesen bösen Menschen. So, ich hoffe, wir werden es jetzt schaffen. Das ging ja eigentlich noch, ne? Nur jetzt wird das schwer. Jetzt wird es schwer. Aber wir haben es. Wir haben es, Leute. Keine Ahnung. So. Genau. Jetzt müsstet ihr nämlich aussehen. Puh. Alter, will der mich verarschen gerade? Da müssen wir rein. Alter. Alter. Will der mich verarschen oder was? Wie geil. Ich glaube, das ist jetzt übertruf wieder. Aber wir haben es geschafft. Alter, ein Glück. Alter, ist das ein Scheiß. Ist das ein Scheiß, Leute. Das müssen wir natürlich nur hier drin wieder. Ah, Alter. Puh. Müsste jetzt der zwölfte, genau. Der zwölfte müsste jetzt sein. Ach, das war schon hardcore. Schnell speichern. Wir müssen den Speicherort sein. Genau. Ja, danke. Also. Ah, er hat schon gespeichert. Ach, danke. Danke, lieber Gott. So. Gut, dann könnten wir eigentlich da hinten. Dann könnten wir da unten durch. Dann können wir da. Dann kommen wir nämlich da besser ran. Kriegen wir jetzt meinen. Dann haben wir nämlich hier durch. Oh, geht natürlich nicht auf. Ja, danke. Danke für nix hier, Alter. Nix. Doch da unten, danke. So. Nein, hier war... Ah, fuck. Oh, das war ja der Scheiß. Ah, genau. Alter, was ist denn los mit ihm? Mach hin. So, und nun? Warum komme ich nicht hier raus? Das ist gesperrt. Das ist gesperrt. Ich komme hier nicht durch. Oh, das ist doch eine Scheiße. Das ist doch eine richtige Kackwichse, Alter. Ups, Entschuldigung für die Ausdrücke. Aber das ist doch Kacke. Jetzt macht man sich schon extra den Weg. Dann will man da runter, wisst du. Und dann jettet mich. Weil die Kacke zu ist. Mann, ey. Mal gucken, ob er es jetzt immer noch aus ist. Ja, ein Glück, ey. Oh, das ist schon scheiße, ey. Wirklich jetzt ohne Witz, ey. Da muss man sagen. Schlecht. Machen wir hier jetzt ein bisschen hin, hier auf hier rumzuspringen, wie ein Flummi. Ja, und immer die Gegner. Piss dich doch mal. So. Okay, dann müssen wir da irgendwie runter. Ach, hier ist ein Eingang. Oh, oh. Warte mal, jetzt warte mal. Ah, hier auf. Das war eigentlich schon viel, ja? Wieso? Ah, da hat er ein neues Schlüsselkomponent abgeholt. Tau. Alle Mann runter. Alle, du musst doch schon untersteilen. Alle Mann runter. Alle Mann runter. Alle Mann runter. Tata. Warum seid ihr immer so aggressiv? Eigentlich will ich ja gar nicht böse sind, ne? Ich will die ja bloß aufhalten. Gut, für einen oder anderen ist das natürlich böse, aber für mich dann. Sperr. Hier muss noch ein Upgrade sein. Ne, das muss hier irgendwo sein. Hier, jetzt muss man. Ach, da unten. Alter, richtig schön versteckt eigentlich, ja? Wie noch ein Raketen-Upgrade. Das war ja richtig mal versteckt. Da muss man sagen, Hochaktor und Artikelentwickler. So, dann hätten wir das auch erledigt. Jetzt müssen wir irgendwie da runter. Können wir ja eigentlich rein Toritisch hier runter. Hier rein. Ach so, wir kommen ja da. Ach, okay. Ich hab dran gedacht. Wir müssen ja dann von der Seite. Genau. Genau, so machen wir das. Der ist wieder hoch durchgeflogen. So. Jetzt müssen wir rein Toritisch hier hoch. Ne, wir können hier durch. Genau. Den Krabbin war nämlich da runter. Dann gehen wir nochmal kurz in den Speicherraum. Kurz einmal abspeichern. Safe. Weil wir sind ja doch schon Wir sind ja doch schon eine Weile unterwegs wieder. Ah, hier ist schon wieder so ein Dreckding. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir irgendwie noch ein Abgeld kriegen für diese Scheiße. Weil da unten, unter der Kiste würde das wahrscheinlich sein. Oder? Ja, das wird hier unter der Kiste sein. Genau. Das ist hier unter der Kiste. Das ist hier unter der Kiste. So, dann müssen wir da runter. Dann sind wir ja schon fast auf dem Weg. Uah. Ein bisschen tief, oder? Dadurch den Enterhaken ist es eigentlich total einfach jetzt, ja? Man kann sich ja überall denn festhalten. Dann kann man hier noch die Waffen wechseln. Was ich auch noch sehr besonders cool finde. Weil dadurch hat man natürlich mehrere Möglichkeiten, ne? Man kann sich denn da an der Mauer so festhalten. Ähm. Oh, ist eine Klappe? Okay, alles klar. Nein! Nein! Das war ja der Scheiß. Oh Mann, das war ja der mit dem Scheiß Ofen. Oh Mann! Das ist doch kacke. Aber wir sind da hinten im Speicherraum, ne? Ja. Man kann ja auch nicht von oben. Ne, das funktioniert nicht. Schade. Ich hätte jetzt gedacht... Das wäre natürlich noch praktischer eigentlich, ja? So, dann machen wir das gleiche nochmal. Oh. Aber diesmal passen wir auf mit dem Ofen. Ähm. Genau, da mussten wir doch... Genau, wir kommen da nämlich ja nicht mehr raus. Mussten wir nämlich... Ähm. Da mussten wir nämlich irgendwie aufpassen. Genau. Genau, genau. So. Sind auf alle Fälle in Level gestiegen. Der ist schon mal in Süd. So, dann müssen wir da oben hoch. So, den Kicken wir einfach weg. Scheißegal. Den boxen wir noch um. Ach, der war ja der Scheiß. Aber das ist ja kein Problem. So. Aber da unten war noch ein Upgrade. Können wir uns noch holen. Ne, der war auf der anderen Seite. Ist ja bei der Civic dann da. War hier. So. So. War nämlich hier. Keine Trifung. Warum ist... Ich frag mich immer, warum der so aggressiv ist. So. Hier machen wir... Paketen. Zack. Und dann müssten... Na nun. Gehen wir da durch. Genau. Und dann haben wir das Upgrade. Oh Mann. Und dann sind wir schon wieder fast durch. So. Dann haben wir das auch erfüllt. Und... Genau. Da wären wir jetzt noch hin. Den Kaltmann. Bam. Gehen wir hier durch. Ja, danke. Ne, haben wir nicht. Ich bin hier. So. Da war irgendwas mit dem Grimmel, ne? Genau. Hier war das jetzt. Kann man jetzt da durchrennen? Ne, leider nicht. Da brauchen wir... Da müssen wir irgendwie mit dem Fahrstuhl. So. Bevor wir hier jetzt runtergehen und dann zu der... Zu der... Zu der Maske hier. Ja, da oben. Da wusste ich nämlich auch nicht. Da war irgendwas mit Elektrizität. Wir können ja vorsichtshalber... Ne, wir kommen ja nicht mehr hoch. Doch. Hier kommen wir hoch. Wir werden mal lieber upsafe. Sicher ist sicher. Genau. So, jetzt sind wir schön hier im Saferaum. So, meine lieben Freunde. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, ne? Hinterlasst ein Like, ein Abo, falls ihr noch nicht... Äh, getan habt und kein Abonnent seid. Unterstützt doch mal die Klaim-Youtuber so am Morane. Und dann würde ich, ähm, sagen... Wir sehen uns in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ich bin raus und... Ciao. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wir sehen uns in der nächsten Folge.